CapCut ist eine kostenlose Videoschnittsoftware, die dir den Einstieg in die Videobearbeitung sehr einfach macht, dadurch, dass es viele vorgefertigte und einfach anzuwendende Funktionen gibt. In diesem Video möchte ich dir gerne die wichtigsten Dinge zeigen, die du zum Einstieg in die Software brauchst, sodass du anschließend schon in der Lage bist, selbstständig mit dem Programm zu arbeiten. Viel Spaß mit dem Video! Dieses Video wird dir präsentiert von meinem ausführlichen und mehrstündigen CapCut Komplettkurs. Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Herzlich Willkommen zu diesem CapCut Crashkurs auf dem PC. Wir wollen direkt loslegen und starten mit dem ersten Thema, nämlich dem Startbildschirm. Auf dem befinden wir uns gerade. Diese Seite öffnet sich, wenn ihr das Programm öffnet. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass wir erstmal hier links in der Leiste ein paar Funktionen haben, nämlich können wir uns hier anmelden, wir können einen Account erstellen und uns einloggen. Das allerdings ist nicht verpflichtend. Ihr könnt die Software auch nutzen, ohne euch hier irgendwo einzuloggen. Genauso ist auch Join Pro natürlich optional. Bedeutet, ihr könnt für die Pro-Variante bezahlen. Dann habt ihr Zugriff auf ein paar mehr Inhalte, die wir im Verlauf des Videos auch noch so ein bisschen sehen werden. Aber all das eben ist nicht verpflichtend. Wenn wir uns dann die ganzen Beschreibungen hier mal anschauen, dann fällt eine Sache auf, nämlich dass das Programm in Englisch eingestellt ist. Das Ganze lässt sich auch umstellen und zwar oben rechts über dieses Zahnrad-Symbol. Da kommen wir zu den Settings, zu den Einstellungen. Hier können wir auf die Einstellungen draufklicken. Wenn wir das tun, dann gibt es ganz rechts hier den Reiter Language. Und hier können wir dann nämlich auch die deutsche Sprache auswählen. Einmal auf Save drücken. Hier kriegen wir dann den Hinweis, das Programm muss einmal neu gestartet werden, um die Sprache umzustellen. Das wollen wir einmal tun. So, das Programm wurde jetzt neu gestartet und wir sehen schon, jetzt ist alles in Deutsch beschriftet. Das macht es natürlich nochmal deutlich einfacher, das Ganze hier zu verstehen. Ansonsten noch Infos zu diesem Startbildschirm. Hier unten in dem Bereich finden wir unsere bisher angefangenen Projekte. Ihr seht hier bei mir schon ein paar aufgelistet, die ich hier bearbeitet habe. Wenn wir auf ein Projekt draufgehen, dann erscheint da ein Symbol mit drei Punkten, das wir anklicken können. Hier haben wir Funktionen, ein Projekt umzubenennen, es zu duplizieren oder auch es zu löschen. Ja, soweit mal zum Startbildschirm. Gehen wir jetzt aber in das Programm rein. Dazu können wir hier auf diesen großen Button draufklicken, neues Projekt. Somit landen wir also in einem leeren, neu geöffneten Projekt und da wollen wir uns mal die Benutzeroberfläche genauer anschauen. Wenn wir da so drauf achten, dann fällt auf, das Ganze besteht aus vier einzelnen Fenstern. Ja, wir haben hier links ein Fenster, eins in der Mitte, rechts und hier unten die Timeline. Diese einzelnen Fenster, die lassen sich im Endeffekt auch völlig frei anpassen. Das bedeutet zum einen können wir die hier zwischendrin immer greifen, können hier die Größe anpassen. Das Ganze also verschieben, die Timeline größer machen und so weiter. Man könnte sogar einzelne Fenster, wenn man sagt, man braucht diese Informationen hier nicht, kann die anders platzieren und kann auch hier über das Symbol mit den drei Punkten beispielsweise ein Fenster minimieren. Ja, dann verschwindet das und man kann sich den Platz dann eben neu einteilen. Wenn ihr hier aber einiges verschoben habt und wieder die Standardansicht haben wollt, dann geht das natürlich auch ganz einfach, nämlich hier oben über dieses Symbol. Wenn wir da drauf klicken, können wir das Standardlayout wieder herstellen und dann sind wieder alle Fenster vorhanden und ihr könnt eben wieder die Größe anpassen. Ansonsten, was finden wir überhaupt für Funktionen in den Fenstern? Allgemeiner Überblick, wir haben hier links den Bereich für unsere Medien, der ist gerade angewählt. Hier kann man also Medien importieren und hier kann man sich so ein bisschen durchklicken. Da gibt es einen Reiter mit Audio, wo man eben verschiedene Audios, Musiktitel findet. Es gibt hier Texte, die man einfügen kann, auch viele vorgefertigte Texteffekte. Es gibt Sticker, das sind eben so vorgefertigte Grafiken, Effekte für Videos, Übergänge für die Videos, Filter und noch einiges mehr. All das also hier im linken Fenster. In der Mitte haben wir unseren Videoplayer, das Vorschaufenster praktisch für unser Projekt, wo das Video abgespielt wird. Und auch ganz interessant, hier rechts dieses Fenster, das könnte man als Inspektor bezeichnen. Nämlich ist es hier so, dass wir da praktisch immer Informationen zu dem angezeigt bekommen, was gerade angewählt ist. Haben wir ein Videoclip angewählt, dann finden wir hier Optionen, das Video anzupassen. Haben wir nichts angewählt, dann sehen wir hier die Informationen zu unseren Projekteinstellungen. Zum Beispiel, dass unser Projekt mit 30 FPS momentan eingestellt ist und so weiter. Bevor man dann mit einem Projekt startet, kann es natürlich Sinn machen, die Projekteinstellungen anzupassen. Das bedeutet, man kann hier rechts in diesem Fenster bei den Einzelheiten, also auf Ändern gehen. Und dann gibt es hier eben die Projekteinstellungen, die man hier ändern kann. Das bedeutet, ihr könnt die Bildfrequenz umstellen, mit wie viel Frames pro Sekunde ihr beispielsweise arbeiten möchtet. Ihr könnt die Auflösung einstellen, das heißt von Angepasst könntet ihr auf Benutzerdefiniert wechseln und hier eine Auflösung eingeben. 1920x1080 ist eben ein klassisches Full HD, 16 zu 9 Format. Genauso lässt sich dann auch hier nochmal das Verhältnis anpassen, wobei sich das auch jederzeit umstellen lässt. Ja, hier gehe ich jetzt mal auf 16 zu 9, klassisches Breitbildformat. Also, so könnte man sich das hier anpassen, auf Speichern drücken, dann wird das auch schon übernommen. Damit haben wir jetzt also einen kleinen Überblick, wie das aufgebaut ist. Kommen wir jetzt dazu, unsere Medien zu importieren, die wir in einem Projekt verwenden wollen. Dazu muss also hier links in diesem Fenster der Reiter Medien ausgewählt sein und wir sind hier unter Lokal drin, ja, denn man kann sich hier auch durchklicken. Das ist ganz wichtig, ihr müsst hier auf Lokal gehen, dann erscheint dieses Fenster hier zum Importieren. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man hier auf Importieren klicken, dann öffnet CapCut praktisch euren Explorer und ihr könnt aus euren Dateien Videos oder sonstiges heraussuchen. Ich habe da jetzt also einmal draufgeklickt, mein Ordner wurde automatisch geöffnet und ich kann mir hier jetzt Videos auswählen, die ich importieren möchte. Das bedeutet, ihr könnt ein Video anwählen, ihr könnt auch gleich mehrere markieren, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Jetzt wähle ich das aus, drücke auf Öffnen und dann erscheint das hier in meinen Medien. Eine noch etwas praktischere Methode in den meisten Fällen ist aber einfach per Drag & Drop Medien zu importieren. Das bedeutet, ihr könnt parallel einfach euren Ordner mit euren Dateien öffnen. Ja, genau das habe ich hier jetzt mal gemacht. Ich habe einfach parallel meinen Ordner geöffnet. Hier sind meine Dateien, die ich gerne verwenden möchte in dem Projekt. Die markiere ich mir alle, ziehe die einfach hier rüber und dann landen die auch schon in den Medien drin. So einfach kann das eben auch gehen. Abschließend zu den Medien, vielleicht noch interessant, ihr könnt euch hier auch Ordner erstellen. Dazu könnt ihr einfach einen Rechtsklick hier in den leeren Bereich machen. Neuer Ordner und dann könnt ihr euch das Ganze eben so ein bisschen sortieren. Also wenn ihr hier wieder einen Rechtsklick auf den Ordner macht, könnt ihr den einmal umbenennen. Könnt ihr zum Beispiel in einen Ordner Musik reinmachen, in einen eure Videoclips, in einen eure Bilder. Oder ihr habt thematische Videoclips, wie in meinem Fall. Da gebe ich jetzt zum Beispiel mal irgendwie Strand ein. Ich habe hier einige Videoclips zum Thema Strand. Und dann ziehe ich mir einfach die ganzen Clips, die ich hier rein sortieren möchte, in den Ordner rein. Per Drag & Drop einfach greifen und da reinziehen. Und jetzt sind die hier im Strandordner drin. Den kann ich anklicken, doppelt anklicken. Dann lande ich in dem Ordner drin. Und wenn man dann wieder zurück möchte, dann seht ihr das hier. Ich bin jetzt im Strandordner. Ich kann wieder zurück auf alle. Dann bin ich wieder auf dieser Seite. So kann man da also auch hin und her wechseln. Schauen wir uns dann mal unsere Timeline an. Die Timeline, das ist der Bereich hier unten. Hier werden unsere Videos geschnitten und bearbeitet sozusagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir hier überhaupt Videoclips platzieren können. Ich öffne mal meinen Ordner hier mit diesen Strand- und Palmen-Videos und möchte jetzt mal ein Videoclip hier unten platzieren. Es gibt auch dazu wieder verschiedene Möglichkeiten. Zum einen sehen wir, wenn wir auf ein Videoclip draufgehen, dass hier so ein kleines Plus-Symbol erscheint. Wenn wir auf das Plus klicken, dann wird das Video an der Stelle eingefügt, an der sich gerade unser Cursor hier befindet. Dieser Marker in der Timeline. Der steht jetzt gerade hier am Anfang. Klicke ich also bei einem Video auf das Plus-Symbol, dann wird das direkt hier bei dem Marker eingefügt. Jetzt sitzt der Marker immer noch am Anfang. Würde ich also bei einem weiteren Video jetzt wieder auf Plus klicken, dann würde das vor diesem Video eingefügt werden, da der Marker ja vor dem Video sitzt. Also wenn ich auf das Plus klicke, dann drückt automatisch das andere Video nach vorne und das hier wird vorne dran eingefügt. Möchte ich ein Video hinten dran platzieren, muss ich den Marker hier hinsetzen. Ich habe ihn hier platziert. Wenn ich jetzt auf das Plus klicke, dann erscheint das Video hinten dran. Alternativ könnt ihr aber auch hier einfach per Track & Drop arbeiten. Das bedeutet, ihr greift euch ein Video aus den Medien und zieht euch das einfach frei in die Timeline rein und platziert das eben, wie ihr das haben möchtet. Und so könnt ihr das dann auch hier so zwischen rein platzieren, an die Stelle, an die ihr es gerne setzen möchtet. Bevor ihr die Clips dann in der Timeline platziert, könnt ihr auch schon eine Auswahl treffen von dem Bereich aus dem Video, den ihr überhaupt verwenden möchtet. Das bedeutet, ihr müsst nicht immer das komplette Video, den kompletten Videoclip verwenden, sondern ihr könnt hier in die Medien reingehen, ein Videoclip anwählen und dann wird er so umrahmt. Und dann könnt ihr hier seitlich diese Marker greifen und praktisch den Bereich eingrenzen aus dem Video, den ihr überhaupt verwenden wollt. Zum Beispiel hier nur den Anfang des Videos oder zum Beispiel auch nur die Mitte des Videos. Das könnt ihr frei einstellen und dann könnt ihr nur diesen ausgewählten Bereich greifen und den in die Timeline reinsetzen. Dann müsst ihr nicht immer das ganze Video nehmen. Wie schon erwähnt, verändert sich jetzt immer das Fenster hier rechts oben, je nachdem, was wir gerade angewählt haben. Wenn wir ins Leere klicken in der Timeline, dann sehen wir hier immer unsere Projekteinstellungen. Wenn wir ein Videoclip anwählen, dann sehen wir hier immer Einstellungsmöglichkeiten, um das Video anzupassen. Wenn man dann mal einige Videos hier in der Timeline platziert hat, dann kann das natürlich irgendwann so ein bisschen unübersichtlich werden. Deswegen ist wichtig zu wissen, wie man sich hier bewegen kann. Wir können in der Timeline heranzoomen über die Symbole hier rechts über der Timeline. Da kann man auf Plus und Minus klicken. Alternativ geht das auch noch ein bisschen schneller, indem ihr die Steuerungstaste gedrückt haltet und das Mausrad dreht. So geht das meistens besser von der Hand. So kann man jederzeit rein- und rauszoomen in der Timeline. Ihr könnt euch dann hier hin und her bewegen über die Leiste da unten und so eben immer an die Stelle, an die ihr hin wollt. Wenn ihr eure Clips dann hier in der Timeline schneiden wollt, dann gibt es dazu folgende Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr sie einfach nur trimmen. Das bedeutet im Endeffekt, dass ihr einen Clip anwählen könnt. Ihr seht das, dieser ist jetzt markiert und dann kann man den so seitlich greifen und einfach kürzen. Das Ende wegkürzen, den Anfang wegkürzen, je nachdem. Wenn ihr ein Video aber schneiden wollt, das heißt wirklich Schnitte setzen, ein Video teilen wollt, dann gibt es folgende Möglichkeit. Ihr habt hier ein extra Werkzeug, das findet ihr hier links. Wenn wir hier dieses Mauszeigersymbol ausklappen, dann sehen wir, es gibt ein Auswahl- und ein Teilenwerkzeug. Die lassen sich auch ganz schnell über die Tasten A und B anwählen. Das bedeutet jetzt also, wählt ihr die Taste B an, dann kommt ihr zu dieser Klinge. Mit dieser Klinge könnt ihr jetzt einen Schnitt setzen mit der linken Maustaste, dann ist das Video hier aufgeteilt. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ihr wollt jetzt hier einen Teil vom Video raustrennen. Dann setzt ihr beispielsweise hier den nächsten Schnitt und diesen Bereich wollt ihr jetzt löschen. Dann nehmt ihr die A-Taste, um wieder zum Auswahlwerkzeug zu kommen. Wählt den Bereich aus und dann könnt ihr das mit der Entfernen-Taste entfernen. Beim Arbeiten in dieser Timeline sind dann nicht nur die Werkzeuge wichtig, sondern auch diese ganzen Funktionen, die sich hier rechts noch ein- und ausschalten lassen. Ihr seht, dass die bei mir gerade alle eingeschaltet sind und die möchte ich euch kurz erklären. Es gibt hier einmal eine Magnet-Funktion. Magnet bedeutet, dass die Clips immer magnetisch angezogen werden. Das heißt, es können hier keine Spalten entstehen. Ihr seht das. Wenn ich den Clip versuche wegzusetzen, wird er immer magnetisch von den Clips dahinter angezogen. Egal was man hier macht, das ist immer alles verbunden sozusagen. Schaltet man die Magnet-Option aus, dann kann man Clips auseinandersetzen und dadurch können eben auch Spalten entstehen. Und da ist eben auch wichtig zu wissen, es können ganz schnell auch ungewollte Lücken entstehen. Das bedeutet, man setzt vielleicht ein Clip hier so nah dran. Man hat vielleicht auch ein bisschen rausgesoomt, merkt das gar nicht, sieht das auch nicht auf den ersten Blick. Und dann ist das Video aber an dieser Stelle schwarz. Wenn ich das jetzt mal von hier aus abspiele, dann sehen wir, da ist jetzt so eine ungewollte Lücke drin. Um sowas zu vermeiden, kann es eben ganz praktisch sein, immer magnetisch zu arbeiten. Dann kann das nicht passieren. Ich lasse das mal kurz ausgeschaltet. Die nächste Funktion wäre das automatische Einrasten. Das kann ebenfalls dafür helfen, dass keine Lücken entstehen, aber auch, dass man eben alles sauber platzieren kann. Denn Einrasten bedeutet, wenn ich mich an einen Clip dran bewege, dann rastet der hier ein. Ihr seht das an dieser blauen Linie. Das funktioniert nicht nur hier so nebeneinander, sondern auch, wenn ich was oben drüber setze, dann kann ich das ebenfalls hier so passend platzieren, dass zum Beispiel beide Clips hier auf gleicher Höhe anfangen oder auf gleicher Höhe enden oder man stellt den einen Clip genauso lang wie den anderen Clip ein. Ja, all das kann hier helfen, wenn die Einrastfunktion aktiviert ist. Das bedeutet also einrasten. Die Verbindungsfunktion sorgt dafür, wenn Clips miteinander verbunden sind, dass diese eben nur zusammen verschoben werden können. Das heißt zum Beispiel, wir haben hier ja einen Clip mit einer Audiospur. Hier in CapCut ist das übrigens so, dass die Audio erstmal im Videoclip mit drin steckt. Ihr könnt die aber auch extrahieren. Wenn ihr einen Rechtsklick auf den Clip macht, dann könnt ihr hier Audio extrahieren und dann habt ihr unten drunter eine extra Audiospur. Und wenn wir jetzt diesen Clip verschieben, dann verschieben wir natürlich das Audio immer mit. In den meisten Fällen möchte man das ja auch, dass da nichts verschoben wird. Wenn wir aber die Verbindung aufheben, dann können wir jetzt den Clip separat von der Audio bearbeiten und verschieben. Das bedeutet also Verbindung aufheben. Ansonsten gibt es noch die Vorschauachse. Die sorgt dafür, dass ihr immer live seht, was gerade in der Timeline zu sehen ist, wenn ihr einfach nur mit der Maus über die Timeline drüber fahrt. Ich gehe jetzt einfach nur mit meiner Maus über die Timeline und ich sehe immer live eine Vorschau davon, wie das Video da gerade aussieht. Wenn man das ausschaltet, dann sieht man immer nur die Vorschau von dem Punkt im Video, an dem sich gerade euer Marker hier befindet. Also ihr müsst dann immer den versetzen, um eben zu sehen, wie das Video da gerade aussieht. Das sind also diese Funktionen, die wir hier rechts finden. Relativ wichtig, die alle zu kennen, um hier einfach gut arbeiten zu können. Und abschließend zum Thema Timeline noch Schritte rückgängig machen und wiederholen. Wenn wir beispielsweise einen Clip hier entfernen, ich wähle den an, drücke die Entfernen-Taste und ich möchte den Schritt jetzt rückgängig machen, dann gibt es dazu einen Shortcut, der in den meisten Programmen so funktioniert, nämlich STRG und Z-Taste. Mit STRG und Z machen wir das rückgängig. Wenn ich den jetzt nochmal entferne, dann gibt es aber auch noch eine Funktion direkt hier in der Timeline, nämlich diese zwei Pfeile. Einmal Schritt rückgängig machen, dann erscheint der Clip wieder. Wenn ich ihn aber doch löschen wollte, kann ich auch den Schritt wiederholen, drücke ich also auf den Pfeil nach rechts, dann verschwindet der Clip. Ja, so kann man hier also vor- oder zurückspringen. Kommen wir dann zu den Funktionen von unserem Videoplayer, diesem Vorschaufenster hier. Natürlich können wir zum einen hier das Video abspielen. Hierbei wichtig, wir spielen das Video natürlich immer von der Stelle ab, an der sich unser Cursor hier befindet. Setzen wir den also hier hin, drücken auf die Play-Taste, dann wird von dort aus das Video abgespielt. Alternativ kann man das Video auch über die Leertaste abspielen, also Leertaste drücken und nochmals, um das Video wieder anzuhalten. Damit ihr hier nicht durcheinander kommt, ist es so, wenn ihr die Maus in der Timeline drin habt und ihr habt diese Vorschauachse hier aktiviert, dann spielt ihr das Video immer von dort ab, wo sich gerade eure Maus befindet. Also, wenn ich jetzt hier mit meiner Maus drücke die Leertaste, dann wird das Video von hier abgespielt. Wollt ihr das Video aber immer vom Cursor hier abspielen, dann könnt ihr den also platzieren und euch dann einfach mit der Maus aus dem Video rauszuhalten. Damit das eben nicht passiert, damit das Video wirklich immer nur vom Cursor aus abgespielt wird. Das Vorschaufenster bringt dann noch ein paar Optionen mit sich. Zum einen könnt ihr hier das Seitenverhältnis einstellen. Ihr seht das hier, dieses 16 zu 9 Symbol, das wir am Anfang eingestellt haben. Ihr könnt hier zum Beispiel auch ein Hochkantformat für TikTok oder Shorts einstellen, 9 zu 16, genau umgekehrt. Hierbei ist wichtig zu wissen, diese Einstellung, die gilt dann nicht nur für euer Vorschaufenster, sondern wirklich für die Projekteinstellungen. Also, wenn ich jetzt in der Timeline ins Leere klicke, dann sehe ich ja hier meine Projekteinstellungen und da sehe ich jetzt auch, ist das Verhältnis geändert worden auf 9 zu 16. Stellen wir das zurück auf 16 zu 9, dann wird das hier auch wieder aktualisiert. Wir können dieses Vorschaufenster maximieren, also hier Vollbildmodus aktivieren über das Symbol rechts unten und können das dann hier unten natürlich auch wieder deaktivieren. Außerdem können wir hier rechts oben auf diesem Symbol noch die Vorschauqualität anpassen und hier auf Leistungspriorität stellen. Das bedeutet, habt ihr Probleme beim Abspielen eurer Timeline, also ruckelt das ganze Programm so ein bisschen, dann könnt ihr hier auf Leistung gehen, dann wird vielleicht die Auflösung der Vorschau etwas reduziert, damit das einfach besser abgespielt werden kann. Wenn ihr das Video aber später rendert, dann habt ihr trotzdem eure volle Qualität. Das gilt einfach nur fürs Schneiden, also da könnt ihr gerne mal ausprobieren, ob euch das etwas hilft. Als nächstes kommen wir zu den Texten hier in CapCut. Die Texte finden wir links im Fenster, hier neben den Medien kommt Audio, dann kommen die Texte. Unter den Texten gibt es dann hier den Reiter Text hinzufügen, den man hier ausklappen kann und da sind dann die ganzen Texte, die ganzen vorgefertigten Textanimationen sozusagen in verschiedene Kategorien unterteilt. Da könnt ihr euch einfach mal so ein bisschen durchklicken, da gibt es richtig viel zur Auswahl. Das ist eben auch ein echter Vorteil von CapCut, dass ihr hier schon eine riesen Bibliothek habt an vorgefertigten Dingen, nicht nur von Texten, sondern eben auch andere Inhalte. Bei diesen ganzen Inhalten, das gilt jetzt auch nicht nur für die Texte, seht ihr immer wieder so eine Pro-Kennzeichnung. Das bedeutet natürlich, ihr könnt diese Inhalte nur verwenden, wenn ihr die Pro-Variante freigeschaltet habt, also wenn ihr für das Programm bezahlt. Dennoch wichtig zu erwähnen, ihr könnt diese Pro-Inhalte trotzdem ausprobieren, das heißt, ihr könnt die nehmen, könnt die in der Timeline platzieren, ihr könnt die frei verwenden, anpassen und so weiter, ganz uneingeschränkt, nur könnt ihr das Video später nicht exportieren. Ihr könnt also gerne ausprobieren, ob da was dabei ist, was euch gefällt, ob sich das für euch lohnen würde, dafür zu bezahlen, könnt euch da also wirklich einen guten Überblick darüber verschaffen und euer Projekt damit gestalten. Und wenn ihr sagt, okay, das lohnt sich, ich würde das wirklich gern benutzen, um ein Video zu exportieren, dann könnt ihr natürlich euch überlegen, ob ihr die Pro-Variante holen wollt. Mit der Entfernen-Taste kann ich aber diesen Text auch wieder loswerten. Jetzt nehmen wir mal einfach eine freie Textanimation, ich nehme jetzt mal diese hier, und ihr seht schon, einfach per Track & Drop hier in die Timeline reinziehen. Es ist allgemein so, für Texte entsteht immer eine extra Spur, also wenn ich den Text hier platziere, dann sehen wir in den Spuren, wir haben hier einmal eine Video-Spur, wir haben hier unten eine Audio-Spur und wir haben jetzt hier oben noch eine Text-Spur. Wir können einstellen, wie lange der Text zu sehen sein soll, indem wir einfach den Text-Clip hier rechts greifen und den länger machen. Wir können den frei versetzen von der Positionierung her. Wollen wir den Text anpassen, dann muss der Clip angewählt sein. Rechts im Fenster in diesem Inspektor sehen wir dann wieder die Einstelloptionen zu diesem Clip, in dem Fall zu diesem Text, und dann können wir hier den Text anpassen, können also eintippen, was wir für einen Text hier überhaupt verwenden wollen. Und ja, dann schreibe ich hier jetzt zum Beispiel mal Summer rein, dann können wir hier die Schriftgröße kleiner machen, wir können die Positionierung des Textes hier frei im Vorschaufenster anpassen und den hier einfach völlig frei positionieren, wie ihr sehen könnt, und können hier also lauter Einstellungen dazu treffen. Viele Standardeinstellungen, die man sicher auch aus anderen Programmen kennt. Spielen wir das Ganze mal ab, dann sehen wir das, das ist so eine vorgefertigte Textanimation, wo der Text eben kurz reingefahren kommt. Mit den Stickern verhält es sich dann ähnlich wie mit den Texten. Das heißt, wir können auf Sticker gehen, auch hier haben wir wieder verschiedene Kategorien, können uns da so ein bisschen durchklicken. Da gibt es schon teilweise ganz coole Sachen, und ihr könnt euch auch die dann einfach greifen und in der Timeline platzieren. Und hier ist es wie gesagt ähnlich wie mit den Texten, denn wenn wir die hier reinsetzen, dann entsteht auch wieder eine Extraspur, nämlich eine Extraspur für Sticker. Das seht ihr hier also. Und auch den Sticker können wir dann anpassen, wie lange der zu sehen sein soll. Wir finden rechts wieder die Einstelloptionen dazu. Wenn ihr die Größe anpassen wollt, funktioniert das eben einmal hier über die Einstellregler, aber dann auch wieder frei Hand hier direkt in dem Vorschaufenster. Könnt ihr die Größe anpassen, die Positionierung verändern und das eben alles so einstellen, wie ihr das haben möchtet. Einen Reiter weiter, hier oben, finden wir dann die Effekte. Auch bei den Effekten seht ihr schon, gibt es wieder einige, die mit Pro gekennzeichnet sind, die ihr also frei ausprobieren könnt, aber dann nicht exportieren könnt, solange ihr nicht für das Programm bezahlt. Aber es gibt auch sehr viele kostenfreie Varianten, wie ihr hier sehen könnt. Da gibt es wieder mal einiges zur Auswahl. Wenn wir einen Effekt verwenden wollen, dann können wir auch den einfach per Track & Drop greifen und hier über ein Video setzen. Es gibt hier jetzt zwei verschiedene Optionen. Es gibt einmal die Variante, einen Effekt oben drüber zu setzen. Also ich kann den jetzt hier hin platzieren. Auch dann entsteht wieder eine eigene Spur für Effekte diesmal. Das bedeutet dann, dieser Effekt, der wirkt sich dann auf alle Spuren darunter aus. In dem Fall würde das bedeuten, setze ich den hier über meine Sticker und meine Texte, dann sind auch die davon betroffen. Dieser Effekt macht das Video unscharf und ihr seht, auch der Text, auch der Sticker wird unscharf. Wenn ich jetzt aber möchte, dass nur das Video von dem Effekt betroffen ist, dann kann ich den Effekt auch direkt auf den Videoclip draufsetzen. Das heißt, ich entferne einmal diesen Effekt wieder mit der Entferne-Taste, nehme mir den jetzt nochmal und setze den diesmal nicht in eine eigene Spur, sondern direkt auf meinen Videoclip. Dann platziere ich den da drauf und jetzt seht ihr es, jetzt ist nur das Video unscharf. Text und Sticker bleiben scharf gestellt. Wir können so einen Effekt dann jederzeit frei anpassen, wieder hier im Inspektor. Im Falle von einem Videoclip wäre das dann so, wenn ich einmal ins Leere klicke und ich wähle jetzt den Clip wieder an und möchte den Effekt verändern, dann muss ich hier im Inspektor ein bisschen suchen, nämlich gibt es da einen eigenen Reiter ganz oben, unter Video, einfach Effekte. Da habe ich dann den Unschärfe-Effekt. Dann muss ich auf Bearbeiten drücken und erst jetzt kann ich den Effekt dann anpassen. Hier in dem Fall von der Stärke, von der Geschwindigkeit her, könnte ich den jetzt verändern. Wenn wir einen Effekt aber extra platziert haben, das heißt, ich nehme jetzt mal so einen Leuchteffekt, setze den in eine extra Spur, dann könnte ich in dem Fall natürlich den Effekt hier direkt anklicken und dann sehe ich auch direkt hier rechts die Einstellung dazu. Den entferne ich aber mal wieder. Neben den Effekten kommen dann die Übergänge, die wir uns auch anschauen wollen. Übergänge sind ebenfalls wieder ganz einfach anzuwenden. Ihr habt links die ganzen Kategorien, findet hier einiges zur Auswahl. Wenn ihr einen Übergang verwenden wollt, dann greift ihr euch den und setzt den eben genau an so eine Schnittstelle zwischen zwei Clips rein, zum Beispiel hier rein. Hierbei gibt es jetzt eine Sache zu beachten, nämlich ist es so, wenn eure Clips noch komplett ungekürzt und ungeschnitten sind, dann hat das Programm kein übriges Material, um daraus einen Übergang zu erzeugen. Deshalb bekommt ihr hier einen Hinweis, wo gesagt wird, es müssen doppelte Einzelbilder erstellt werden, um einen Übergang zu erzeugen. Wir können uns das Ganze mal anschauen. Das sieht dann in der Regel trotzdem ganz gut aus. Ich spiele das Ganze ab und ihr seht, was daraus entstanden ist. Wie ist das jetzt gemeint? Ganz einfach so. Ich gehe nochmal in meine Medien rein. Ich nehme jetzt hier einen Clip. Wenn ich mir diesen Clip anschaue, ich habe den jetzt reingesetzt und der ist noch komplett ungekürzt. Wenn ich jetzt hier einen Übergang erzeugen möchte, dann hat das Programm kein weggeschnittenes Material, um daraus einen Übergang zu schaffen. Wenn ich den Clip aber kürze, das heißt, ich trimme den hier einfach so ein bisschen weg, dann ist jetzt Material übrig, aus dem ein Übergang gemacht werden kann. Und dann bekomme ich auch keinen Hinweis, sondern der Übergang lässt sich dann problemlos direkt anwenden. Das seht ihr jetzt. Ohne Hinweis diesmal konnte ich den Übergang direkt verwenden. Also wenn ihr vermeiden wollt, dass eben so doppelte Einzelbilder kreiert werden müssen, dann könnt ihr die Clips einfach vorher ein bisschen zuschneiden, ein bisschen was wegtrimmen, dass aus dem weggetrimmten Bereich sozusagen ein Übergang gemacht werden kann. Die Länge des Übergangs könnt ihr dann hier in der Timeline frei einstellen, indem ihr den Übergang an der Seite greift und dann eben einstellt, wie lange der gehen soll. Wenn ihr einen Übergang ersetzen wollt, dann könnt ihr euch einfach einen anderen nehmen und den oben draufsetzen. Dann wird er automatisch ausgetauscht. Das seht ihr jetzt hier zum Beispiel. Und wenn ihr einen Übergang wieder entfernen wollt, dann müsst ihr ihn einfach anklicken und auf die Entfernen-Taste klicken. Zu unseren Videoclips gibt es dann auch einige Anpassungsmöglichkeiten, auf die wir noch kurz eingehen wollen. Wenn wir einen Videoclip hier anwählen, zum Beispiel dieses hier, dann seht ihr das, haben wir hier einmal unter Video verschiedene Kategorien von einfach bis verbessern. Wenn wir hier in einfach drin sind, können wir so Sachen einstellen, wie die Größe, wir können das Video heranzoomen, wir können die Positionierung anpassen. All das sind aber auch wieder Dinge, die hier frei Hand funktionieren würden. Wir können das Video drehen, neu positionieren und so weiter. Wenn wir eine Einstellung zurücksetzen wollen, können wir doppelt auf die Bezeichnung draufklicken, hier auf Größe, und dann wird das zurückgesetzt. Es gibt eine Deckkraft-Einstellung, wie stark das Video zu sehen sein soll, können Videos stabilisieren lassen und so weiter. Alles auch immer relativ einfach anzuwenden, mit wenigen Klicks. CapCut macht das hier eben wirklich sehr einsteigerfreundlich, muss man sagen. Es gibt hier eine Kategorie zum Ausschneiden. Hier könnt ihr einen Hintergrund entfernen, einen Greenscreen beispielsweise, oder ihr könnt auch hier das automatische Ausschneiden verwenden, das allerdings auch nur mit Personen funktioniert, aber auch hier wieder nur mit einem Klick direkt angewendet. Könnt ihr also gerne mal ausprobieren. Es gibt hier eine Maskenoption. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal diesen Clip hier von der Palme nehme, setze mir den hier oben drauf, und ich gehe jetzt hier auf die Masken, und ich sage, ich möchte jetzt so eine Herzmaske verwenden. Das bedeutet, dann ist dieser Videoclip nur noch in Form von einem Herz sichtbar. Ich klicke also auf Herz. Ihr seht das hier. Ich kann die Größe der Maske frei anpassen. Und jetzt habe ich hier einfach so ein Herz, in dem eben eine Palme drin ist, und außen herum ist dann das Video darunter sichtbar. Also die Spur, die praktisch unter dem Clip sitzt. So hätte ich das eine Video einfach in eine Form reingepackt. Hier seht ihr noch die Einstellungen dazu, also Positionierung, Größe, und ihr habt noch eine Federeinstellung. Also ihr könnt die Maske weicher machen. Das seht ihr hier, dass praktisch der Rand weich gestaltet wird. Und jetzt habt ihr hier eben so eine schöne Einblendung, dass die Palme hier so in einer Herzform in der Mitte eingeblendet wird. Neben dem Reiter Video gibt es dann noch die Geschwindigkeit, die ihr hier anpassen könnt. Ihr könnt euer Video also beispielsweise doppelt so schnell abspielen lassen. Eins ist natürlich die Standardgeschwindigkeit. Ihr seht darunter die Länge des Videoclips. Wenn ich das jetzt verdoppel auf zwei, dann geht das Video natürlich auch nur noch halb so lange, wird jetzt eben hier mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Es gibt dann noch Kurven. Das sind die hier, mit denen man Speedrams erzeugen kann. Klicke ich also zum Beispiel mal diesen Clip hier an. Wir schauen uns den kurz an. Der wird hier mit so gleichbleibender Geschwindigkeit abgespielt. Wenn ich den anwähle, hier auf Geschwindigkeit, auf Kurve gehe, dann gibt es hier so vorgefertigte Kurven, die zum Beispiel dafür sorgen, dass das Video erst schnell und dann langsamer wird oder dass das Video hier an Geschwindigkeit zunimmt, dann die Geschwindigkeit extrem abfällt und dann wieder ansteigt und so weiter. Also ihr könnt das mal ausprobieren. Einfach aktivieren. Dann seht ihr das, wie das aussieht. Da wird einfach dann mit der Geschwindigkeit gespielt. Dann kommt der Übergang. Genau. Und ihr könnt das aber auch völlig frei selbst anpassen. Das heißt, ihr könnt hier erst mal auf keine gehen. Dann gehe ich auf Benutzer definiert. Und dann sage ich beispielsweise, hier am Anfang des Videos soll direkt mal die Geschwindigkeit auf mal 10 stehen. Dann soll sie abfallen auf die normale Geschwindigkeit. Anschließend soll sie wieder ansteigen. Ihr könnt diese vorgefertigten Punkte nehmen, um die zu versetzen. Ihr könnt euch aber auch hier reinbewegen, selbst Punkte hinzufügen. Dann sagen, hier soll die Geschwindigkeit wieder auf 10 ansteigen. Dann soll sie wieder langsam abfallen. Und dann soll sie nochmal ansteigen. Und so weiter. Je nachdem, wie ihr das Ganze eben gestalten wollt. Jetzt haben wir hier einfach so ein Hin und Her. Wenn wir das Video jetzt einmal abspielen, dann sehen wir das. Es wird immer schneller und wieder langsamer. Das ist jetzt kein langer Clip. Geht ziemlich schnell vorbei, das Ganze. Aber sieht auch schon ganz interessant aus. So könnt ihr Speed Ramps erzeugen und eben mit der Geschwindigkeit spielen. Schauen wir uns dann den Punkt Keyframes an. Ihr könnt nämlich viele Einstellungen animieren mit Hilfe von Keyframes. Wenn wir zum Beispiel einen Videoclip anwählen, ich gehe mal hier auf den Anfang des Clips, wähle mir den aus, gehe hier unter Video auf Einfach, dann seht ihr, dass es ganz viele Einstellungen gibt, die hier so einen Punkt dabei haben. Das bedeutet, diese Einstellung könnt ihr mit Keyframes animieren. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ihr setzt euren Marker jetzt an den Anfang dieses Clips und dann legt ihr den Keyframe hier fest. Wenn ihr da draufklickt, dann speichert ihr praktisch die Größe des Videos für diesen Zeitpunkt im Video ab. Wenn wir jetzt vorgehen mit unserem Marker und sagen, zu diesem Zeitpunkt im Video soll das Video auf 200% herangesucht sein, dann wird automatisch der Keyframe hier wieder übernommen. Ihr müsst jetzt nicht nochmal draufklicken, ihr habt ihn schon einmal aktiviert. Und das bedeutet jetzt, diese Bewegung von 100% auf 200%, die wird jetzt automatisch animiert. Wenn wir das Video jetzt abspielen, dann seht ihr das, das Video wird jetzt stetig hereingezoomt, bis die 200% erreicht sind. Und das könnt ihr im Endeffekt mit allen Einstellungen hier machen, bei denen so ein Keyframe zu sehen ist. Und das funktioniert nicht nur mit Videoclips, das würde auch mit Texten funktionieren. Wenn ich mir hier jetzt so einen Text rausnehme, einfach mal irgendeine vorgefertigte Textanimation, ich mache mir die ein bisschen länger und ich gehe hier bei den Vorlagen rechts auf Keine, damit ich wieder so einen Standardtext habe. Ich schreibe hier jetzt Keyframes rein, habe mir hier noch eine Schriftart ausgewählt und jetzt sage ich, ich möchte zum Beispiel, dass der Text erst so langsam erscheint und langsam größer wird. Dann würde das beispielsweise so funktionieren, ich gehe hier ein bisschen runter, ich bin am Anfang des Textclips und sage, zu diesem Zeitpunkt soll die Größe auf 1% stehen, lege dann den Keyframe fest und außerdem gehe ich noch weiter runter und die Deckkraft, die soll auch auf 0% stehen und lege auch hier den Keyframe fest. Dann gehe ich ein Stück vor, ungefähr so, und sage dann, zu diesem Zeitpunkt soll die Größe angestiegen sein, auf diesen Wert hier und die Deckkraft soll auf 50% stehen beispielsweise. Dann wird wieder hier die Bewegung animiert, ihr seht das schon in der Vorschau und dann gehe ich noch weiter vor und sage, bis hierhin soll die Deckkraft dann auf 100% ansteigen, die Größe soll noch ein bisschen ansteigen und ihr könnt natürlich den Text auch noch drehen und so weiter und dann seht ihr hier praktisch wieder die kleine Animation, die dadurch entsteht. Der Text erscheint langsam und wird immer deutlicher sichtbar. So könnt ihr mit Keyframes Dinge animieren. Zum Abschluss noch das Thema Color Grading. Wie könnt ihr eure Videos also farblich und helligkeitsmäßig so ein bisschen anpassen und individuell gestalten. Dazu gehe ich nochmal hier auf meine Medien. Ich habe mir dann nämlich so einen Clip vorbereitet, den ich selber mal aufgenommen habe und hier sieht man nämlich, das ist sehr flaches Bildmaterial, das sich natürlich besonders gut zum Color Graden eignet. Wenn wir den Clip anwählen, dann gibt es hier unter Anpassungen die Möglichkeit, eben das Ganze zu Color Graden. Vorneweg gesagt, ihr habt hier ganz rechts Farbräder, die eigentlich die beste Option sind. Das Problem ist, die sind nur für die Pro-Variante vorbehalten. Ihr könnt die ausprobieren, aber ihr wisst, ihr könnt es dann später nicht exportieren. Unter Einfach gibt es dennoch auch ganz interessante Optionen und eine große Hilfe beim Color Graden ist es, sich jetzt das Farboszilloskop einzublenden. Nämlich könnt ihr hier im Video-Vorschaufenster auf dieses Symbol klicken, Farboszilloskop einschalten und dann seht ihr nämlich die Helligkeitsverteilung der einzelnen Farben in eurem Bildmaterial. Ihr könnt euch hier das Fenster dann auch mal ein bisschen größer machen, damit man das gut sieht und dann sieht man, wir haben sehr flaches Bildmaterial, da das Ganze hier eben sehr flach zusammengedrückt ist. Im Optimalfall ist das Ganze hier nämlich so verteilt über die komplette Bandbreite sozusagen. Das bedeutet, unser Ziel ist es, das Ganze so ein bisschen hier auseinander zu ziehen und das funktioniert zum Beispiel, indem wir einmal den Kontrast erhöhen, dann seht ihr schon, dann strecken wir das so ein bisschen auseinander. Wir können die Schatten ein bisschen herabsetzen, dass die wirklich sozusagen fast hier unten anschlagen. Wir können die Beleuchtung etwas hochnehmen, um das wieder so nach oben zu ziehen. Wir können die Helligkeit etwas hochnehmen und ihr seht schon, so könnt ihr das eben so ein bisschen auseinanderstrecken und dadurch sieht das direkt schon viel, viel besser aus. Wenn wir jetzt nämlich mal diese Anpassung hier wieder ausblenden, dann seht ihr, was wir da mit wenigen Einstellungen schon geschafft haben. Sieht schon deutlich interessanter aus. Ihr habt dann natürlich noch so Funktionen wie die Farbtemperatur einzustellen, also kühler oder wärmer gestalten, das Bildmaterial, die Sättigung anzupassen. Ich denke auch teilweise relativ selbsterklärende Einstellmöglichkeiten. Es gibt dann noch weitere Reiter, hier zum Beispiel HSL, wo ihr einzelne Farben bearbeiten könnt. Ihr habt hier Kurven und ihr habt eben noch das Farbrad. Das einfach noch als abschließender Hinweis. Wenn ihr ein Projekt dann fertig erstellt habt, dann könnt ihr das oben rechts exportieren, also sozusagen als fertiges Video abspeichern. Und ich denke, dass das insgesamt jetzt doch schon ein relativ großer Überblick hier über die Möglichkeiten im Programm waren. Ich hoffe, dass ich dir die Funktionen hier verständlich vermitteln konnte. Wenn du das Programm jetzt noch ausführlicher kennenlernen möchtest, dann schau gerne in die Videobeschreibung, denn da ist mein ausführlicher Komplettkurs verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder hören in einem meiner nächsten Videos. ausführlicherweise Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.